Liebe Studieninteressierte, der diesjährige Kleine Hochschule Informationstag findet am 22. August in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der diesjährige Informationstag mit Präsenzveranstaltungen als auch online durchgeführt. Um den Mindestabstand in Veranstaltungen in Innenräumen einzuhalten, steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung. Deshalb ist es notwendig, dass Sie sich für die Teilnahme an einer Präsenzveranstaltung über ein Anmeldformular anmelden. Die Sitzplätze sind den Studieninteressierten vorbehalten. Sollten Sitzplätze da frei bleiben, können Angehörige natürlich nachrücken. Alle Vorstellungen der Studiengänge werden aber auch zeitgleich online als Livestream angeboten. Dazu brauchen Sie sich nicht anzumelden. Bitte klicken Sie auf den jeweiligen Studiengang. Dort erhalten Sie die Informationen zum Ort der Präsenzveranstaltung und das Anmeldeformular bzw. den Link für den Livestream. Der Link zum Livestream ist erst am Informationstag freigeschaltet. Sie finden dort auch die Anzahl der verfügbaren Plätze. Diese Informationen finden Sie allerdings auch in der Beschreibung oder hier. Anmeldungen können bis zum 21.08.20 Uhr über das Anmeldeformular erfolgen. Wir freuen uns, wenn Sie, wenn Ihr dabei seid, in einer Präsenzveranstaltung oder online via Livestream. Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin! Bis dahin!